der smugglers pass 2022 mein setup ich bin auf jeden fall wieder mit dabei und wie jedes jahr zeige ich euch hier als alter hase der smugglers pass ich kenne nun mal das das geländeprofil das terrain mittlerweile relativ gut das heißt ich zeige euch mal hier was ich am material mit nehme was auch dafür aus meiner sicht vollkommen ausreichend ist das heißt als erstes ein gutes gravelbike ihr könnt auch mit dem htl fahren aber naja bisschen mehr spaß macht zum gravelbike weil das ist schon tempo ich fahre eine einfach schaltung das heißt vorne 34 hinten 1142 reicht vollkommen aus für das geländeprofil und auch für das tempo mir reicht es vollkommen aus ihr solltet auch eine gute bremse haben ich war eine scheibenbremse die natürlich nicht nur gut entlüftet sondern auch neue bremsbeläge hat sehr wichtig gut gewartet sollte alles sein denn unterwegs habt ihr kein techniker ihr fahrt für euch selber und da sollte schon alles stimmen reifenwahl es sollte genügend profil drauf haben ich habe mir extra neue reifen drauf gezogen die alten waren schon bis abgefahren ich fahre hier die conti terra trails mit einem relativ guten profil reicht wieder vollkommen aus ich habe die mindestbreite die man für so ein event eigentlich nutzen sollte aufgezogen das sind 40 millimeter breite das ist also das minimum was ja schon fahren solltet oder ein relativ gutes profil um ein paar schöne trails im berg hoch zu kommen reicht vollkommen aus zwei trinkflaschen manche brauchen nur eine manche brauchen drei ich brauche ziemlich viel zu trinken ich habe zwei 590 milliliter fitlock flaschen mit dabei haben sich bei mir absolut bewährt freue mich super mit klar luftpumpe auf jeden fall für unterwegs da ich tubeless fahre was ich auch jedem immer wieder empfehle unabhängig vom smarglas pass habe ich auch eine co2 kartusche mit dabei auch hier oben in meiner tool tasche hier ist meine obere tasche das ist die api dura racing top tube long zwei liter fassungsvermögen hier habe ich hier hinten ein bisschen geld zubehör ausweise und mein smartphone mit dabei und hier vorne habe ich mein werkzeug meine tools für unterwegs mit dabei denn ist ein komplett auf eigene faust ihr habt unterwegs keine techniker wenn was kaputt geht habt ihr pech gehabt ihr solltet alles mit dabei haben und was habe ich noch mit dabei ja natürlich nicht zu vergessen navi ich baue auf das wahoo ich habe das wahoo bold v2 dieser mit dabei auch wenn das display ein bisschen kleiner ist bin ich mal gespannt was das so gibt auf jeden fall eine gute navigation ja das war es eigentlich das ist mein bike für den smarglas pass 2022 trifft mich trifft meine familie ich habe es nämlich geschafft diese dieses jahr zum ersten mal meine schwester und ihren freund mit dazu zu überreden mit dabei zu sein und das wird ein heidenspaß also was ihr hier auf jeden fall gerade nicht sehen könnt was ihr mitbringen müsst das ist lust an der sache und spaß denn es macht einen riesen spaß dort vor ort zu sein die leute zu treffen und mit denen abends beim barbecue und am lager zu sitzen und sich auf den nächsten tag zu freuen wenn es auf die piste geht das ist ein richtig tolles event mit tollen leuten super gescoutet auf jeden fall von smarglas pass vielen dank dafür das wird ein super tolles event nächste woche freitag geht's los freut euch ich bin auf jeden fall da wer da ist weiß jetzt ungefähr was man das setup man haben sollte